Bindungsangst oder Narzissmus? Was ist eigentlich der Unterschied? Letztens hat ein Zuseher hier auf YouTube die Frage gestellt, wie erkenne ich den Unterschied zwischen wirklicher Bindungsangst bei einem Menschen oder Narzissmus? Kann es denn nicht auch sein, dass dieser Mensch sich ständig zurückzieht, weil er eigentlich ein Narzisst ist? So, hier der grundlegende Unterschied. Zuerst mal, Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung. Also eine Persönlichkeitsstörung, so etwas wie zum Beispiel auch Borderline oder Schizophrenie. Es gibt ganz viele unterschiedliche Persönlichkeitsstörungen, die ein Mensch haben kann. Bindungsangst ist etwas, das durch bestimmte Ereignisse im Leben ausgelöst worden ist. Der ganz große Unterschied ist, Narzissmus ist nicht vollständig heilbar, noch nicht. Vielleicht wird das in ein paar Jahren anders sein. Bis jetzt ist es noch nicht vollständig heilbar. Vor allem suchen Narzissen auch selten nach Therapie oder selten nach Hilfe. Bindungsangst ist vollkommen heilbar, weil es einfach eine antrainierte Reaktion auf etwas ist. So, der nächste Punkt. Jemand, der Narzisst ist, hat sich das nicht ausgesucht. Ich weiß, es kann schrecklich sein, mit einem Narzissen in einer Beziehung zu sein. Sehr häufig berichten Menschen, dass ihr Selbstwert total zerstört worden ist, dass sie manipuliert wurden, dass sie eine schreckliche Zeit hatten. Und dass sie manchmal Monate bis Jahre brauchen, um sich wieder davon zu erholen. Das ist schrecklich und entschuldigt in keinster Weise das Verhalten des Narzissen. Allerdings hat der sich nicht ausgesucht, so zu sein. Niemand wird geboren und entscheidet sich freiwillig dazu, ein Narzisst zu werden und anderen Menschen wehzutun. Das kommt tatsächlich aus einer Störung heraus. Das gesagt, trotzdem, es gibt hier den ganz gravierenden Unterschied. Und zwar, Narzissen wollen ständig im Mittelpunkt stehen. Das wirst du bei jemandem mit Bindungsangst eher selten haben. Also das heißt nicht, dass jeder mit Bindungsangst am Schüchtern ist, aber da wirst du unterschiedliche Charaktere haben. Menschen mit Bindungsangst werden nicht zwanghaft das Bedürfnis haben, dauernd im Mittelpunkt zu stehen. Menschen mit Narzissmus, denen ist Status enorm wichtig. Wie sehe ich aus, wie komme ich bei den anderen an, fahre ich das dickste Auto, habe ich das größte Bankkonto, habe ich die teuerste Kleidung, beachtet mich jeder, stehe ich immer im Mittelpunkt, bin ich immer wichtig, sieht jeder zu mir auf. So äußert sich Narzissmus sehr häufig. Das hast du bei Bindungsangst auch nicht. Die Menschen mit Bindungsangst, die sind so, wie sie sind. Der eine mehr schüchterne, der andere vielleicht ein bisschen mehr extrovertiert. Das Einzige, was bei Bindungsangst eine Gemeinsamkeit ist, ist, dass diese Menschen Angst davor haben, sich für eine Beziehung zu öffnen. Sie fürchten sich davor, jemandem zu nahe zu kommen, weil sie Angst haben, wieder enttäuscht zu werden. Der Narziss hat nicht Angst, enttäuscht zu werden, der hat maximal Angst, deine Aufmerksamkeit und Bewunderung zu verlieren. Im Gegenzug, ein Narziss wird sehr häufig in Beziehungen kommen. Ich meine, das ist jetzt natürlich wieder eine Verallgemeinerung. Wir wissen ja, es gibt eine Gaussverteilung, aber ein Großteil aller Narzissen ist ständig in Beziehung, weil es ihnen leicht fällt, Menschen verliebt zu machen, weil es ihnen leicht fällt, Menschen zu manipulieren und abhängig zu machen. Bei Bindungsangst ist das anders. Leute mit Bindungsangst sind sehr häufig lange alleine und haben auch in anderen Lebensbereichen Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen oder verbindliche Abmachungen einzugehen. So, also. Der ganz große Unterschied zwischen den beiden ist, der Mensch mit Bindungsangst will dir nicht wehtun. Er wünscht sich tief im Herzen eine Beziehung, wahre Liebe, aber hat einfach Angst, wieder verletzt zu werden. Er hat Angst, dass es wieder so schwer wird, wie es vielleicht in der Vergangenheit war. Wogegen der mit Narziss muss dich eigentlich nur benutzt, um sein eigenes Ego aufzubauen. In beiden Fällen weiß ich, dass es für dich als liebende Person schwierig ist. Du möchtest eine Beziehung, du verstehst nicht, warum der andere nicht auf dich zugehen kann. Du verstehst nicht, warum gemischte Signale gesendet werden, warum einmal Ja, einmal Nein, einmal Aufmerksamkeit, einmal Rückzug. Das ist eine schwierige Situation, das verstehe ich. Für dich gilt es als erstes herauszufinden, habe ich hier mit einer Persönlichkeitsstörung zu tun, also mit jemandem, der Menschen zwanghaft manipuliert und zwanghaft ausnutzt, oder habe ich es hier mit jemandem zu tun, der einfach nur Angst hat. Dahingehend kannst du dann weitere Entscheidungen treffen. Eines ist wichtig. Wenn du in jemanden verliebt bist und dich diese Beziehung ständig traurig macht, wenn du darunter leidest, wie er dich behandelt, wenn jeder Gedanke an ihn dich eigentlich traurig macht, anstatt dich strahlen lässt und glücklich macht, dann ist es möglicherweise Zeit, hier etwas Grundlegendes zu ändern. Vielleicht macht es auch mehr Sinn, eine Beziehung, die dir so weh tut, gehen zu lassen und deinen Fokus auf einen Mann zu richten, der wirklich für dich da ist und der sich wirklich bemühen will. Denn egal ob Narzissmus oder Bindungsangst, in beiden Fällen hat der Mensch die Möglichkeit, einen Therapeuten aufzusuchen und an seinem Thema zu arbeiten. Und dieser Therapeut solltest nicht du sein. Gut, und wer weiß, vielleicht hat er das in ein, zwei Jahren überwunden und es funktioniert dann mit euch. Binde dich nicht an Menschen, die nicht für dich da sind oder nicht die gleichen Ziele haben wie du. Auf Dauer wird dich das belasten und runterziehen. Ich wünsche dir alles Liebe und dass du den Mann findest, der dich auf Händen trägt, damit du so richtig glücklich wirst. Wenn du das Gefühl hast, dass du wirklich mit jemandem zu tun hast, der Narzissmus hat oder nicht loskommst von jemandem mit Bindungsangst, dann melde dich hier bei einem unserer Coaches. Mach dir ein Coaching aus. Meine Experten und ich unterstützen dich gerne dabei, wieder so richtig glücklich und selbstbewusst zu werden und eine wunderschöne Beziehung zu führen. Also dann, lass es dir gut gehen.